Hallo und Willkommen! Auf dem Kanal in Darze N1 und Sky Sport 3 Austria HD können Sie das Spiel live verfolgen des Zweispieltags der UEFA Champions League. VfB Stuttgart, Sparta Prag, diesen Dienstag, erst Oktober 2024, um 18.45 Uhr. Das Endergebnis wird nach Ende des Spiels in der Videobeschreibung hinzugefügt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald!